Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie hier mit zum 48. Ball der IPA-Verbindungsstelle Bruck mit Zuschlag am 26. Jänner 2013 im Veranstaltungszentrum Krieglach recht herzlich eingeladen. Einlass ist um 19.30 Uhr und der offizielle Ballbeginn ist um 21 Uhr. Im großen Saal unterhalten Sie die Krieglacher im Foyer und anschließend im kleinen Saal die Gruppe Roselkern aus Bruck. Disco, Sektbar und für den kulinarischen Genuss eine Weinverkostung der Firma Rossmann und Spezialitäten von Manfred Schweighofer, bekannt aus dem Fluderstüberl in Krieglach. Ich lade Sie nochmals herzlichst zu unserem Ball ein und schließe mit einem traditionellen Gruß der IPA Servo per Amicheco.